Jo, willkommen zurück beim Ranked-Spiel bei Rocket League. Kanzianel bei Dr. Unicorn und der Piazze Maquer. Genau. Hey, bist du ein Italiener, na? Recuesta in Pace, oder so. Was? Migui ist dein Pate? Recuesta. Ich glaube, du bist der Pate. Ziegenpate. Ich bin der Pater. Ziegenpater. Schade. Verdammt. Gehen wir mal wieder zurück. Einmal drehen. Und warten. Wir harren der Dinge, die da kommen. Schade. Als müsste er nicht reingegangen. Nee, 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 nee. Glocken wir nur noch kurz weg. Ui, hat sich was geflogen? Na komm. Oh. Na, komm. Oh. Ah. Utsch. Na, gut, ich war noch dran. Dann kriegen wir ihn weg. Boost aufsammeln. Warten. Warten. Und vorbeispringen. Nochmal mit. Oh, bitte. Ach, nee. Ja, ich muss ihn mir erst wieder aufrichten. Mann. Ach, neck mich, ey. Was? Raus mit dem Ball. Oh. Schön. Nein, er hat den Anbieter gesorgt. Nein, ich hab's. Pass, sie ist ja da. Wollt ihr jetzt hier geschubst und geschubst sein? Jawohl. Zumindest ein bisschen weiter nach vorne gehauen. Den Ball. Der geht rein. Ja, gut. Endlich. Wir haben es schwer getan jetzt hier. Puh. Ja, diese fünf Minuten, meine Freunde, sind anstrengender als man sich denkt. Einmal weg. Einen noch weggeblockt. Ohi. Ei, ei, ei! Gut, super. Ah, wir neuer. Der war nicht gut. Der war leicht. Bösser. ja nicht schlecht hab schon lange kein tor mehr geschossen hat der einen frosch gefressen oder das ist kermit schade da ich dachte dass da einer ist und wollte ihn so vorbeischlenzen das ist ein Andi so dann fahren wir nochmal neu an schön der sitzt unser top stürmer wieder eine Nullrunde für mich fast zumindest aber da bin ich zu Dann sehen wir uns bei den nächsten 5 Minuten wieder, tschau Leute, tschuuuus.